Das Schwundgeld Selbst wenn Nehmen wir einfach mal an, der Versuch wäre anders verlaufen. Und zwar ganz gemäß der Theorie. Aus Angst vor dem Schwund hätte ein Kaufrausch eingesetzt. Eine erhöhte Nachfrage führt irgendwann zu erhöhten Preisen. Der permanente Zustrom von Geld muss irgendwo hin. Ja, gespart wird, gemäß der Theorie, des Schwundes wegen nicht. Aber ein Unternehmer, der permanent Einnahmen hat und Überschüsse erwirtschaftet, spart diese auch nicht, sondern legt sie an, investiert sie. Entweder in den Betrieb oder in Rendite bringende Veranlagungen. Und das wird er nicht in Schwundgeld tun. Und wer nicht veranlagen kann und sparen muss, sucht sich Ausweichmedien in Sachwerten, Edelmetallen oder Fremdwährungen. Dass der Zustrom zu erhöhten Lohnzahlungen führt, wäre sogar möglich, wenn die egozentrische Einstellung nicht wäre. Aber träumen wir. Träumen wir, dass höhere Löhne gezahlt werden, was zu noch höherem Absatz führen würde. Könnten das die örtlichen Produktionsstätten überhaupt leisten? Hätten sie die Kapazitäten? Und wo kommen die Ressourcen für die Produktion her? Wohin geht der ganze Müll? Sind unsere Müllberge durch die herrschende Linearwirtschaft nicht bereits hoch genug? Also durch eine Produktionsweise, die nur auf den Gewinn ausgerichtet ist, ungeachtet dem Ressourcenverbrauch, ungeachtet der Umweltzerstörung und dem Menschenverschleiß? Und das ist dann die Lösung? Keine, die ich unterstütze. Und auch hier sind irgendwann die Märkte gesättigt. Vielleicht ist bei einigen Menschen das Kaufen bereits zum Selbstzweck oder zur Zwangsbefriedigung geworden. Aber diese Süchtigen werden die Wachstumsgier der Wirtschaft nicht befriedigen können. Es kommt der Punkt, da werden keine Produkte mehr gekauft, weil kein Bedarf mehr besteht. Es wird kein Geld ausgegeben, weil kein Bedarf mehr besteht. Die Märkte sind gesättigt. Ob der Wert des Geldes schwindet oder nicht, ist irrelevant. Wenn die Märkte gesättigt sind, gehen die Umsätze zurück. Menschen kaufen eben doch nicht um des Kaufens willen. Nicht um ein Unternehmen zu stützen, sondern um einen Bedarf zu decken. Und wenn dieser gedeckt ist, sind sie zufrieden. Und zufriedene Menschen kaufen nicht. Sie sind das Letzte, was marktwirtschaftliche Unternehmen brauchen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, bräuchte es neue Absatzmärkte für die ortsansässigen Unternehmen. Allein die Bautätigkeit der Gemeinde reicht auf Dauer nicht aus. Denn auch diese bräuchte trotz künstlich erhöhter Umlaufgeschwindigkeit ständig steigende Steuereinnahmen, um ein steigendes Wachstum zu generieren, weil sie ja den Absatzmarkt für das Bauwesen oder anderen Bedarf darstellt. Wenn sie allerdings der einzige Kunde bleibt, wird das irgendwann ein Ende haben. Und wie soll dieses Ende aussehen? Eine komplett verbaute Landschaft mit extra eingefügten Parkanlagen zur Naherholung? Immerhin könnte damit ein größerer Absatzmarkt für Klimaanlagen geschaffen werden. Jetzt wird vielleicht klar, wie und warum in China diese riesigen Reißbrett-Geisterstädte entstanden sind, in die kaum einer einzieht. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nennt man sowas in Deutschland. Ähnliches geschieht übrigens auch weltweit. Die Absatzmärkte sind weitgehend gesättigt. Natürlich könnte man weitere Trilliarden generieren, um für die Entwicklungsländer einen Marshallplan umzusetzen. So wie damals in Deutschland für die amerikanische Industrie. Aber woher nimmt man dann die Billiglohnarbeiter und die Billigmüllländer? Ah, man könnte die derzeitigen Absatzmärkte zu Billiglohnländern wandeln und die bisherigen Billiglohnländer und Billigmüllländer zu neuen Märkten aufbauen. Also Europa in Entwicklungsländer wandeln und die wesentlich größeren aktuellen Entwicklungsländer zu neuen Märkten aufbauen. Wäre das eine Idee? Doch die Mechanismen des Geldes sind nicht nur deutlich schneller, als die Wirtschaftsmächte einen solchen Plan umsetzen könnten. Es wäre nur eine weitere Krücke. Daher implodiert das gerade herrschende Geldsystem. Es umspannt den ganzen Planeten. Weiter geht es nicht. Die letzte Runde ist oder wird bald eingeläutet. Kehren wir zurück zum Schwundgeld und noch ein Wort zur fiktiven Krone. Nichts Neues Wir stellen fest. Nach einem anfänglichen kleinen Strohfeuer pegeln sich die Umsätze wieder auf Normalniveau ein. Ein erhöhter Umlauf ist nicht zu beobachten. Die Wirtschaftsleistung schießt nicht in den Himmel. Das Schwundgeld brachte nicht die würgelschen Effekte und sie bleiben auch beim Chiemgauer aus. Ja, der Chiemgauer wird als erfolgreichste Schwundgeld-Regionalwährung bezeichnet und bejubelt. Aber lassen Sie mich mal einen Vergleich ziehen. Die Stadt Kassel, völlig willkürlich ausgewählt, hat ungefähr 200.000 Einwohner. Sie hatte 2020 einen Jahresumsatz von 10,2 Milliarden. Nach einer einfachen Rechnung hat damit jeder Einwohner in jenem Jahr durchschnittlich 51.000 Euro ausgegeben, die einen mehr, die anderen weniger. Der Chiemgauer hat 5.000 Teilnehmer und brachte es laut Wikipedia im gleichen Jahr auf 6 Millionen Chiemgauer Umsatz. Das macht 1.200 Chiemgauer pro Teilnehmer und Jahr. Die Langenäcker Talente hatten bei 1.800 Teilnehmern einen Umsatz von 3 Millionen Talenten. Das macht 1.667 Talente pro Teilnehmer und Jahr. Beim Wörgel habe ich irgendwo eine Zahl von 34.500 Schilling erhascht, die 400 Teilnehmer sind bekannt. Damit läge der Umsatz bei 68,25 Schilling pro Teilnehmer. Allerdings war kein Zeitraum zu ermitteln, ich vermute daher pro Monat. Der Jahresumsatz läge damit bei ca. 1.000 Schilling. Berauschend ist etwas anderes. Woher kamen aber dann die Zahlen des Wörgel? Forschen wir. Wurden mit dem Schwundgeld beim Wörgel Produkte gekauft? Im Detail kann ich das aus den vorliegenden Informationen nicht sagen. Gesagt werden kann aber, dass zum überwiegenden Teil Schulden beglichen wurden. Also bereits getätigte Käufe abgeschlossen. Das heißt, es wurden vor allem ausstehende Zahlungen getätigt. Das hat bewirkt, dass die Käufe sich eben erst dann, nämlich deutlich verspätet, in den Umsatzzahlen und damit in der Wirtschaftsleistung niederschlugen. Und ich vermute, dass diese nicht in dem Jahr zugebucht wurden, in dem sie entstanden sind, sondern dem Jahr, in dem sie abgeschlossen wurden. Vielleicht um Steuernachzahlungen zu umgehen. Der größte Teil der Wirtschaftsleistung war also bereits erbracht, tauchte aber deshalb nicht in den Bilanzen auf, weil die Vertragsgeschäfte noch nicht abgeschlossen waren. Der monetäre Wert war noch nicht gewandert und damit war der Kauf noch nicht abgeschlossen. Erst mit der Zahlung der ausstehenden Beträge, welche durch die Bauaufträge und die Lohnzahlungen durchgeführt wurden, konnten die Geschäfte abgeschlossen und die Umsätze auch verbucht werden. Dadurch kam es zu dieser wunderlichen Wirtschaftsleistung. Dadurch wurden aber zu diesem Zeitpunkt keine oder weit weniger neue Waren gekauft, sondern bereits gekaufte, wahrscheinlich sogar bereits verbrauchte Waren gezahlt. Land und Menschen waren hoch verschuldet. Das wird immer wieder erwähnt. Die meisten Menschen konnten kein Geld ausgeben, schon gar nicht sparen, weil sie keines hatten. Weiteren Kredit bekamen sie nicht. Ob die Gemeinde weiteren Kredit bekommen hätte, ist unklar. Gemäß einiger Aussagen der ortsansässigen Ökonomen wurde die Gemeinde allerdings geführt wie ein Haushalt, möglichst keine Schulden. Geldkreisläufe wurden offenbar nicht verstanden. Die aktuell erfolgreichen Wirtschaften sind gewaltig verschuldet. Erst durch den Zuschuss von 8.500 Schilling und das Wissen der Bevölkerung darum fasste die Gemeindeführung Mut und investierte, womit einige Menschen wieder ein Einkommen hatten. Der Schwund sollte verhindern, dass diese Einnahmen der Menschen von diesen einbehalten wurden, anstatt damit offene Rechnungen zu begleichen. Zur Kenntnis. Dieses Verhalten erfüllte bereits damals den Tatbestand der Unterschlagung, welche dem Diebstahl gleichgestellt ist. Und zwar überall in Europa, also auch in Wörgel und auch 1931. Allein schon die Vermutung stellte also die gesamte Gemeinde unter Generalverdacht des Diebstahls. und die Gemeindeführung misstraute ihren Bürgern, von denen sie gewählt wurde. Oder vielleicht auch nicht. Ich gehe davon aus, dass die meisten der 400 Einwohner in Wörgel im Jahre 1931 ehrliche, einfache Menschen waren, die gar nicht daran dachten, andere Menschen zu betrügen. Sie dachten nicht an Sparen. Ihnen ging es darum, endlich ihre Schulden zahlen zu können und diesen Unterschwelligen verdachtlos zu werden. So wie auch dieses beklemmende Gefühl, jemandem etwas schuldig zu sein. Es hätte lediglich einer Investition bedurft, um denselben Dominoeffekt auszulösen. Genau das geschah mit den Arbeitsbestätigungsscheinen, dem offiziellen Namen des Wörgel. Der Schwund hatte demnach lange nicht den Effekt, den man ihm zuschreibt. Und dadurch lassen sich auch die ausbleibenden Wundereffekte beim Chiemgauer und die misslungenen Nachahmungen in aller Welt erklären. Die Höhe des Schwundes ist demnach auch weit weniger wichtig, als von einigen Autoren zu diesem Thema angenommen. Warum aber stellte die Wörgler Gemeindeführung ihre Einwohner unter Generalverdacht? Es geschah vermutlich eher unbewusst, weil Geld eben kein Vertrauen schafft, sondern eine generelle Angst davor, betrogen zu werden. Das erinnert mich an einen Spruch, den ich in der Kindheit von irgendwo gehört habe. Menschen gehen bei ihren Gedanken und Vermutungen über andere zu 90% von sich selbst aus. Inwieweit dieser hier zutrifft, kann ich nicht sagen. Aber es wäre eine Erklärung. Um die damaligen realen Probleme der gegenseitigen Versorgung mit notwendigen Gütern zu lösen, hätte es kein Schwundgeld gebraucht. Einfaches Vertrauen untereinander und zueinander hätte gereicht. Allerdings ist fraglich, ob es geldwirtschaftlich den gleichen Effekt gehabt hätte. Und das Vertrauen war ein gutes Stück weit vorhanden, denn die Menschen haben sich auch ohne Geld einander versorgt, soweit es ging. Hat sich in unserem Beispiel durch den Schwund irgendetwas an den Vermögens- und Eigentumsverhältnissen geändert? Nein, nur das Geld der Vermögenden wurde aus der Region entfernt. Also genau der gegenteilige Effekt, der durch das Regionalgeld erreicht werden sollte, ist eingetreten. Es ist damit, zumindest im Gedankenspiel, festzustellen, kann Regionalgeld die Effekte des Geldes durch die kleine Teilnehmerzahl vielleicht mindern und das Geld tatsächlich in verhältnismäßig geringem Umfang in der Region halten, kann dieser Effekt durch das Entfernen der Wertspeicherfunktion relativiert oder sogar revidiert werden. Das ist die Erkenntnis aus der Betrachtung des Regionalgeldes. Fazit Kommen wir zurück in die Realität. Wie Siegfried Buttenmüller bereits schrieb, bleibt das Regionalgeld an die Währung gekoppelt, die in der Nation gilt, in welcher sich das Gebiet mit der Regionalwährung befindet. Schliesslich findet auch ein Austausch mit den umgebenden Regionen statt, genauso wie der Bezug von Gütern international agierender Anbieter. Wir erinnern uns dunkel, dass einer der offiziellen Gründe für die Einführung des Euros, also der Gemeinschaftswährung verschiedener Nationen des europäischen Kontinents, Handelserleichterungen beim Warenhandel innerhalb Europas waren. Denn dadurch fielen auch die Devisen und Wechselkurse weg, mit welchen vorher einzelne nationale Währungen im europäischen Wirtschaftsraum immer wieder gestützt wurden. Das Experiment der Gemeinschaftswährung führte nicht zum erhofften Grad des Wirtschaftswachstums, jedenfalls nicht für alle, und auch nicht zum Ziel der Vereinigten Staaten von Europa. Das ist auch logisch, denn die Widersprüche eines Geldsystems sind unabhängig von irgendeiner Währung. Und wie auch immer eine Währung heißt, sie wird kein permanentes Wachstum für alle Ewigkeiten bringen und auch weder den Widerspruch aufheben, dass mit immer weniger Geld immer mehr Waren gekauft werden können, noch den Umstand des Geldes, nicht der Währung, das Geld, egal ob mit Zins oder ohne, einen monetären Wert innerhalb des Systems nur verschiebt, nicht vermehrt. Also einem Teilnehmer wegnimmt und einem anderen zuführt. Das bedeutet, wo oder besser, bei wem sich Geld auch immer sammelt, es muss jemanden geben, meist viele jemand, von dem dieses Geld genommen wird. Daher muss sich die Warenwirtschaft immer neue Märkte suchen, weil sich die Märkte irgendwann warenseitig sättigen und geldmässig austrocknen. Aus den trockenen Märkten, also Menschen ohne Geld, werden billige Arbeitskräfte, ihre Regionen billige Müllhalden und ihre Kinder billiges Kanonenfutter für Kriege im Interesse der Geldherren, soweit sie nicht verhungern. Sie lassen sich wunderbar gegen andere aufhetzen, weil ihnen meist nicht nur die Nahrung, sondern auch der Zugang zu Bildung und Informationen fehlt. Nur wenn die Märkte flüssig sind, bringen sie Einnahmen, welche Händler bzw. Anbieter nicht nur zur Deckung ihres eigenen Lebensunterhalts brauchen. Die größeren Anbieter brauchen sie zum permanenten Wachstum, also ihrem Profit, zur Kapitalerhöhung für Investitionen. Permanent flüssige Märkte gibt es aber nicht. Und Wachstum bedeutet nicht Vermehrung, sondern nur Verlagerung. Aber da sind wir schon wieder bei den Global Playern, die permanent nach Rendite hungern. Doch was global nur wenigen Vorteile bringt, wird in der Region genauso funktionieren, weil die Prinzipien, die Mechanismen dieselben sind. Geld bleibt Geld, egal wie es heißt, egal wie weit eine Währung verbreitet ist. Schließlich ist eine Währung nur der Name des Geldes einer Region. Für den Moment danke ich für Ihr Interesse und hoffe, Sie im nächsten Beitrag wieder begrüßen zu dürfen. Untertitelung